es ist wieder bewegung in den markt gekommen und zwar nach unten manch einer hat schon gehofft dass es direkt nach oben geht bei gold das hat sich allerdings nicht bewahrheitet ein bisschen erwartbar war das ganze wir hatten ein paar mal darüber gesprochen immer wieder dass das hier eben korrektiv aussieht und eigentlich gerne so ein schub nach unten noch mal sich fortsetzt also dass wir sowas in der richtung noch mal bekommen ist halt relativ typisch wir haben es ein paar mal versucht hier sind allerdings bestraft worden hier daran sieht man auch dass zwar die idee gut war allerdings ein enger stopp in diesem fall nicht optimal das ist aber nicht notwendigerweise die schlechtere wahl gewesen in diesem konkreten fall natürlich war der enge stopp doof hätte man gesagt oh gott ich stoppe das gab da oben zum beispiel die 78er marke dann wäre man noch drin geblieben hätte man sich gefreut man darf aber nicht vergessen bei dieser überlegung dass man dann auch mit einer relativ viel kleineren positionsgröße reingehen hätte müssen weil der stopp ja weiter weg war und dementsprechend der wumms für diesen zugegeben dann richtigen trade natürlich auch nicht so groß ist wir mit unserem tendenziell häufig nicht immer aber häufig ja relativ engem stopp wir sind dann natürlich häufig in der gefahr ausgestoppt zu werden wenn dann einer aber mal läuft dann halt mit mehr wumms dahinter weil einfach die positionsgröße aufgrund der engeren stopp weite ja viel größer gewählt werden kann um das risiko nicht zu übertreiben also ihr seht traden ist ein bisschen komplizierter was das angeht die richtung allerdings ist nachvollziehbar und dass die noch mal nach unten geht so ist damit das aufwärts bild rum wir hatten ja im großen hier diese beiden szenarien ich habe es immer wieder auch an den wochenend videos im großen diese beiden szenarien stehen im wettbewerb nämlich szenario 1 nämlich dass wir direkt nach oben gehen und szenario 2 wir gehen erst noch mal runter vielleicht in richtung 1600 um dann nach oben zu gehen das können wir zum aktuellen zeitpunkt noch nicht sagen noch sind beide szenarien gültig bis hierhin ist allerdings auch noch nichts wirklich schlimmes passiert denn auch das bullische bild ist nach diesem hier nach diesem rücksetzer jetzt versuchen wir es mal einzuzeichnen zack und dann hier die abc runter absolut noch machbar was gibt es jetzt für handlungsmöglichkeiten wie man da vorgehen kann variante 1 das ist eine die ich grundsätzlich sehr mag die sehr viel auf bestätigung wert legt das heißt wenn wir das zwischen hoch hier reißen an der stelle long gehen das heißt wenn der markt jetzt tatsächlich dreht hier eben zu kaufen mit erwartungshaltung dass sich dieser arm den wir hier vorne hat dass der sich hier hinten noch mal anschließt und wir damit so weit hier auf dem weg nach oben sind dass wir mehrere relevante niveaus nach oben auch dann durchstoßen und dann noch mehr andere käufer triggern die sagen auch trennkanal verlassen zwischen hoch überschritten noch mal zwischen hoch überschritten das heißt dass wir viele anschlusskäufer bekommen also das finde ich eine valide variante das ist etwas was ich auch mit ganz konkreten marken gerne noch vorstelle allerdings noch nicht in diesem video warum nicht die einstiegs marke die mögliche die habe ich aber ich brauche auch das tief und ich weiß ja noch nicht ob dieses tief jetzt hält denn an dem tief werde ich dann ja den stop und auch die positionsgröße berechnen das heißt in diesem moment ist es noch zu früh ein trade konkret zu formulieren dafür ich mache das typischerweise wenn wir hier so halb entgegen kommen dann wissen wir hier ist ein tief dann kann ich sagen wo mein stop liegt dann kann ich die den abstand einstieg stopp berechnen dann kann ich die positionsgröße berechnen und so weiter dann macht das sinn also im moment noch ein paar minuten zu früh dafür der kurs müsste hier da hat brauche vielleicht ein paar stunden für eine gegenbewegung einleiten um das für mich dann eben zu verifizieren dann kann ich den trading festmachen aber aktuell wäre das eine einstiegs marke nach dieser fassung eine andere alternative die es auch gibt in diesem zusammenhang ist dass wir sagen okay wenn der markt jetzt doch sofort dreht würde ich doch gerne jetzt sofort auch schon mit reinkommen das ist gar nicht so untypisch dass das passiert nämlich wir sind ja hier in der zielzone erinnert euch ich hatte hier immer so eine kiste da muss der kurs reinlaufen die 38 bis 61 achtermarke wir sind drin kann man da nicht hier unten kaufen ja kann man machen die wahrscheinlichkeit dass man richtig liegt ist ein bisschen geringer denn noch ist es ja denkbar dass der das macht und wackelt nochmal hoch und marschiert nochmal nach unten wir wissen dieses bild ist ja noch möglich das heißt für all diejenigen die jetzt sagen mensch wir sind in der kiste drin ich gehe da jetzt einfach long ich kenne da gar nichts ja kann man machen dann wären mögliche stops unterhalb dieser kiste also ich sage mal ungefähr hier bei 17 30 in etwa vielleicht auch noch bei 17 10 wenn man es ein bisschen weiter fassen will um vielleicht noch ein bisschen im raum zu lassen aber viel mehr raum auch aus symmetriegründen wir wissen ja dass der markt sehr gerne dass mit der symmetrie markt die symmetrie haben wir schon so leicht unterschritten das wäre die gelbe marke hier gewesen alles noch safe aber viel tiefer sollte da nicht mehr gehen das wäre die motivation zum beispiel jetzt reinzugehen pauschal hier was haben wir gerade 17 53 den stop auf 17 30 zu setzen um dann zu gucken dass der kurs nach oben geht die trefferquote für diese idee ist nicht so groß wir sind völlig unbestätigt wir feilen wir greifen in ein falles in ein messer wie man so schön sagt never catch a falling knife aber dafür wäre die chance risikorelation natürlich viel besser als hier oben erst reinzugehen weil der abstand zum stop natürlich hier viel niedriger ist als wenn wir da oben reingehen und den stop dann irgendwo hier hinsetzen ihr seht das wäre dann hier die stop weite und das wäre hier die stop weite und die gewinnweite das ziel oben ist ja ungefähr das gleiche aber ist natürlich einmal mit diesen teilstück und einmal ohne also wer jetzt mutig ist und sagt ich steige jetzt ein ich akzeptiere dass meine die chance richtig zu liegen nicht so super groß ist aber ich spiele hier die karte chance risiko verhältnis das wagnis gehe ich ein kann man das machen das ist nicht so mein trading stil typischerweise denkbar wäre es aber ich wäre für zwei varianten ich für mich nehme diesen hier als ein einstieg oder ich suche mit der lupe hier ob wir hier irgendwie ein schub nach oben bekommen und was wackeliges im kleinen dass ich sagen kann ich muss nicht auf den trigger warten sondern im prinzip so ähnlich wie das was wir hier vorne haben zack und dann hier diese abc runter ihr erinnert euch vielleicht noch so was in diesem etwas kleineren format kann also ein bisschen größer sein als ich gezeichnet habe so von mir aus dann habe ich auch niedrigeren einstieg und auch eine bessere stop variante und habe dann die vorteile der bestätigung ein bisschen gemischt mit den vorteilen der etwas besseren chance risiko relation aber trotz alledem das kann man machen muss sich aber dessen bewusst sein dass noch immer dieses szenario möglich ist und wenn wir hier tatsächlich durchfallen durch diese marke hier das ist schon mal so ein erstes indiz wenn wir hier durchgehen damit schon sehr wenig wahrscheinlich dass dieser direkte anstieg ist ausschließen können wir das nicht aber es wäre zumindest nicht das typische muster und dementsprechend jetzt nicht das wo ich vorrangig mein geld rein investieren würde also ihr seht das ganze ist eigentlich eine ganz schicke windsschnittige angelegenheit wenn wir sogar mal auf den silberkurs gucken dann stellen wir fest wir hatten ja schon darüber gesprochen das ist klar korrektiv dabei ist die maus kein faden ab also wenn das nicht korrektiv ist ich weiß es nicht so viele kursüberschneidungen die wir hier haben die aufwärtsseite passt einfach nicht und wir hatten schon festgestellt die abwärtsseite hat zumindest mal starke bewegungen nach unten dann so abc nach oben hier wieder starke bewegung abc nach oben also insofern die voraussetzungen nach unten gegeben man hätte hier unter umständen schon shorten können war für mich jetzt nicht konkret genug weil ich mochte das nicht dass das hier so halbwegs überschneidend ist das war zwar nicht so deutlich hier aber ich hatte da ein fragezeichen und fragezeichen ist für mich immer so ein punkt um das gegebenenfalls nicht zu machen wird aber gesehen hat dass das ja immerhin korrektiver war als das das genutzt hat hat alles richtig gemacht und ist ja auch in dieser richtung völlig okay unterwegs gegen bewegung nach oben und damit hat sich bei silber auch dadurch dass wir hier so zwischen tiefs jetzt eins nach dem anderen ist jetzt nicht notwendigerweise ein trigger für die short seite aber damit haben wir viel kaputt gemacht auf dem bullischen stanz und sind eigentlich eher unterwegs dass wir tatsächlich die 22 unterschreiten und dieses ein noch mal besuchen ostern naht also wir sehen dieses ei was wir hier hatten das ist ungefähr so um die 21er marke kann auch 20 noch werden kann auch ein bisschen höher sein richtung 22 aber eigentlich so da wäre das eine schöne geschichte um die situation ordentlich aus aufzulösen nicht jemand tut das aber in dem fall bot es sich an auch aufgrund dieser geschichte also dass diese geschichte dann noch mal bis darunter geht und anschließend die besten chancen nach oben hat gut wollen wir also die daumen drücken dass es dann so passiert im moment noch die abwärts seite wir werden sehen ob wir im kleinen oder im großen nochmal unterwegs sind also ob gold dann eben die 1600er marke nochmal sieht ich würde nicht zwingend empfehlen jetzt pauschal einfach mal long zu gehen lasst es euch in irgendeiner form bestätigen wie ich sie eben beschrieben habe das ist besser für diejenigen die born for trading mit drin sind wir kriegen die nachrichten ja sowieso auf smartphone sobald ich dann eine gute situation sehe gibt es dann den konkreten hinweis mit den einstiegsmarken ihr kennt ja alle die approved setups die wir raus geben immer mit unseren ideen wie wir sagen dass das passt oder eben beim trade des tages mitmachen dann gibt es dann auch ausgewählte daraus mit unseren ganz ganz konkreten handelsmarken so in diesem sinne euch jetzt erstmal alles gute viel erfolg an den märkten liebe grüße bis zum nächsten mal